Hallo, moin und herzlich willkommen zu Feuer am Herzen, dem Berufs- und Karriere-Podcast der Berufsfeuerwehr Hamburg. In unserer neuen zweiten Serie wollen wir euch in acht Folgen einen weiteren und auch persönlicheren Einblick in den Berufsalltag der Feuerwehr in der Elbmetropole Hamburg geben. Eingeladen haben wir dazu acht Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die uns von ihrem ganz eigenen Berufsweg und ihrem Leben bei der Berufsfeuerwehr Hamburg erzählen. Mit über 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 50 Wachstandorten sind wir die zweitgrößte Feuerwehr Deutschlands, in der schönsten Stadt der Welt. Die Aufgaben und Einsatzgebiete bei uns hier in Hamburg sind weit gefächert. Aber was ist eigentlich so besonders, so außergewöhnlich an einem Arbeitsplatz bei der Feuerwehr? Wie sieht es in dieser besonderen Berufswelt aus? Wie fühlt es sich an, eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann zu sein? Das können natürlich am besten echte Feuerwehrprofis berichten. In dieser Folge unserer zweiten Serie haben wir uns mit Nils Mohr von der Feuer- und Rettungswache Hamburg-Bildstedt getroffen. Nils ist Feuerwehrmann, Mitglied und Ausbilder bei der SEG Tauchen mit ganz viel Feuer im Herzen. Nils ist verheiratet, er ist Vater und lebt mit seiner Familie im schönen Möllen in Schleswig-Holstein. Moin Nils, schön, dass du bei uns bist. Ja, moin. Moin. Nils, neulich hatten wir ja Katrin Millitzer zu Besuch, die ja auch begeistertes Mitglied in der SEG Tauchen ist. Jetzt du als Ausbilder dieser mega interessanten Einsatzgruppe. Warum denn bitte ausgerechnet Tauchen bei der Feuerwehr und nicht Feuerlöschen? Ja, ist eigentlich, also grundsätzlich schließt das Tauchen Feuer ja nicht aus. Wir können auch auf dem Löschstück sitzen, aber klar, Tauchen ist wie beim Höhenretter auch eine Sonderqualifikation und ich tauche schon über 20 Jahre, nicht nur bei der Feuerwehr und deshalb bin ich halt auch bei der Feuerwehr als Taucher. Ja, das klingt irgendwie logisch, ja. Und auch auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Kommen wir auch noch darauf zurück. Nils, aber du bist ja nach der Schule nicht als Taucher gestartet. Wie sah denn der Weg zur Berufsfeierwehr aus? Ja, also ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht und dann habe ich eine Lehre zum Tankwart gemacht. In den 90ern gab es das noch und da habe ich mittlere Reife gemacht. Dann hat die Bundeswehr gesagt, ach, komm mal her, gab es doch noch die Wehrpflicht. Ja, da war ich dann acht Jahre kleben geblieben, war dann von sieben Jahren als Minentaucher und danach dann, ja, habe ich mir eine kleine Auszeit gegönnt, habe mir geguckt, was auf dem Markt so verfügbar ist. Eigentlich wollte ich Berufstaucher werden, habe ich mir auch angeguckt, habe gesagt, na, da bin ich viel zu oft zu Hause weg und dann habe ich mir für die Feuerwehr entschieden und im Endeffekt war es immer noch der beste Job der Welt. Ja, super. Nitz, hast du denn auch so ein Helfer- und Retter-Gen? Ich frage deswegen, weil ich den Eindruck habe, dass in ganz, ganz vielen, bei ganz, ganz vielen, die später bei der Feuerwehr arbeiten, eben so ein Helfer-Gen lebt, so schon von klein auf irgendwie. Ist das bei dir auch so? Ja, ich helfe sehr gerne. Ich brauche kein Lob und Anerkennung. Es tut mir gut, zu helfen und deshalb, ich glaube, ja, so ein kleines Gen ist dabei. Ja. Naja, du hast ja erzählt, auch mit der DLRG, wann bist du da gestartet? Genau, also ich war zwölf Jahre alt, als ich dann durch einen Freund dahin gekommen bin und wir haben dann zusammen in einem Ruderboot gesessen, haben dann einen Segler aufgerichtet und haben uns dann alle für bekloppt erklärt, dass wir das überhaupt machen. Wieso ruft er denn nicht an? Ja, nö, wir wollten helfen. Ja, und dadurch kommt das alles. Toll. Also seit dem zwölften Lebensjahr Lebensretter. Ja. Ja, toll. Hast du es mal bereut, dich für den Berufsweg bei der Berufsfeuerwehr entschieden zu haben? Nein, ganz und gar nicht. Der Beruf ist sehr, sehr vielfältig und man erlebt jeden Tag was anderes. Also klar, es hört sich an wie eine Floskel, es ist aber so. Jeder Tag ist anders. Ja. Ja. Man kann, wie gesagt, auf einen Rettungswagen eingesetzt werden, auf einem Löschfahrzeug oder halt als Taucher oder als Taucherausbilder. Das ist dann immer wieder eine Herausforderung, aber eine interessante Herausforderung. Was alle erzielen, diese Vielfältigkeit, die auch so ein wirkliches Leben ist, so Dynamik einfach auch in den Job bringt. Genau, richtig. Ich könnte nicht im Büro sitzen und da jeden Tag Akten vor nichts nach rechts schieben. Das funktioniert nicht. Ja, das kann ich verstehen. Mit welchen Verantwortungsbereichen bist du denn sonst noch, also neben deiner Tätigkeit jetzt in der SEG Tauchen, betraut? Also ich habe ja wie alle Rettungsassistenten, also damals Rettungsassistenten und den B3 gemacht für die Berufsfeierwehr. B3 bedeutet was? Gruppenführer. Ah ja, okay. Zusätzlich bin ich noch Wachkoch. Also ich koche für die Kollegen gerne Mittagessen, Frühstück und Abendbrot ab und zu mal auch. Sehr wichtig. Ja, fast. Ja, bin Tauchereinsatzführer, Lehrtaucher, also Tauchausbilder, Notfallsanitäter und Wechselladerfahrer. Okay, also das sind ja schon auch eine ganze Reihe von Qualifikationen, die du im Laufe dann quasi deines Berufsweges aufgebaut hast. Jetzt erzähl doch mal, man startet ja nicht gleich als Taucher, wenn man sich bei der Feuerwehr beworben hat, sondern man muss ja im Prinzip so den klassischen Ausbildungsweg bei der Feuerwehr gehen, oder? Wie geht das? Ja, genau. Du musst erst deine Laufbahnausbildung machen, die geht ja eineinhalb Jahre und danach könntest du dich bewerben, um Taucher zu werden. Ja, Laufbahnausbildung heißt, was ist man dann nach der Brandmeister? Brandmeister. Die normale Brandmeisterausbildung musst du durchlaufen haben. Die alle? Genau. Also, dass du ein ganz normaler Feuerwehrmann bist und vielleicht gefällt dir dann ja der Weg auch, dass du nur erst mal Brandmeister bist und kommst dann nach ein paar Jahren erst zu uns. Taucher wird man dadurch, dass man sich dann auch in einem Interessenbegründungsverfahren bewirbt. Danach gibt es dann einen Test und danach wirst du dann genommen oder nicht. Okay, verstehe. Klasse. Nils, dann nimm uns doch jetzt mal endlich mit ins Wasser, auch in so einen typischen Dienst von dir. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag an der Wache und bei der SEG Tauchen aus? Und wie laufen so Dienste ab? Ja, also morgens um sieben ist ja Fahrzeug- und Geräteübernahme. Dann übernehmen wir dann unser Taucherauto, packen unsere persönliche Schutzausrüstung auf und danach gibt es Frühstück. Und dann überlegen wir gemeinsam, was wir dann machen wollen an dem Tag. Wir sind ja vier Taucher und ein Tauch-Einsatzführer und wir überlegen dann zusammen, wo wir hinfahren, was wir machen wollen. Und ja, dann geht es weiter. Und die Einsätze an sich, also wenn ihr jetzt in Einsätzen seid, das sind ja durchaus auch herausfordernde Situationen, mit denen ihr da konfrontiert seid. Wie geht ihr da so im Dienst Alltag um? Also habt ihr da so bestimmte Abläufe, auch in der Nachbereitung der Einsätze? Ja, also wenn im Einsatz ein Taucher im Wasser war, dann fahren wir, geschlossen als Gruppe, also wie für Mann, fahren mit unserem Wagen dann einen Milchshake trinken und reden über die ganze Sache noch einmal. Also so im ersten Step versuchen wir, eventuelle Gedanken, die dann kommen, sind schon mal aufzufangen oder aufzuarbeiten. Ja, okay. Um eben halt also auch die Anspannung, die da ist, dann also auch gemeinsam dann auch bearbeiten zu können. Ja, richtig, ja. Weil jeder hat ja einen anderen Blickwinkel. Dann fangen wir alle Blickwinkel nochmal ein. Der Taureinsatzführer erzählt dann, wie er es empfunden hat, diesen Einsatz zu leiten. Und die anderen haben sich versuchen dann zu erklären, wie sie es wahrgenommen haben, ob sie sich gut informiert haben oder informiert gefühlt haben, ob das alles schlüssig war oder ob sie mit irgendwelchen Gedankengängen noch belastet sind. Ja. Und darüber hinaus, glaube ich, habt ihr ja auch bei der Feuerwehr Hamburg die Möglichkeit, auch mit anderen Gesprächspartnern euch da auch nochmal auszutauschen. Ja, genau. Also bei uns ist eigentlich so, wir können immer offen über alles reden, auch wenn es um Einsätze geht und ach Mensch, das liegt mir noch quer und sag mal hier, wie war das nochmal? Dazu gibt es ja noch soziale Ansprechpartner und die Notfallseelsorge und gibt es ja noch. Niemand wird da allein gelassen. Nein, nein, natürlich nicht. Was zählt denn generell so zu auch in Einsatzbereichen bei der SIG Taunen? Generell ganz Hamburg. Also jede Wasserfläche, jeder Tümpel in Hamburg, den dürfen wir besuchen. Okay. Und die Einsätze, wie muss ich mir das vorstellen? Was macht ihr da? Also das ist ja von, es treibt irgendwas im Wasser. Ein Segelboot gekentert, da werden es wieder zugerufen. Menschenrettung, irgendeiner ist vom Boot gefallen oder in die Elbe gesprungen. Amtshilfe für die Polizei, irgendwelche Polizeilagen absichern. Du hast ja vorher schon als Hobbytaucher getaucht. Würdest du sagen, ist das eine Voraussetzung? Sollte man schon irgendwie vorher getaucht sein oder Geräte tauchen gemacht haben? Oder wenn da jetzt jemand ist, der sagt, ich finde Tauchen total spannend, ich kann es nicht und ich würde auch gerne zur Feuerwehr gehen. Wäre das auch okay für euch? Also Tauchen musst du vorher nicht gemacht haben. Manche sagen das eher nachträglich. Ja? Ja, weil das Hobbytauchen, man guckt sich Fische an, man sieht was unter Wasser. Und wenn wir in die Elbe springen, dann ist ganz schnell Nacht und man sieht gar nichts mehr. Und dann macht man lieber die Augen zu. Also siehst du keine Fische und sowas halt. Okay. Deshalb würde ich sagen, du musst nicht unbedingt schon Taucher sein, um in Hamburg als Berufswahl als Taucher zu kommen. Lieber gleich dann einmal vernünftig ausgebildet. Genau. Also unsere Ausbildung geht dann auch drei Monate. Da wird dann halt vom Nichtschwimmer, na sagen wir vom Schwimmer zum Taucher, wird dann werden wir nachgebracht. Also drei Monate Vollzeitausbildung. Aber wahrscheinlich ähnlich wie jetzt in den anderen Spezialdisziplinen und SEGs ist es wahrscheinlich auch eine sehr trainingsintensive Tätigkeit. Wie oft trainiert ihr? Also wir versuchen einmal die Woche in die Schwimmhalle zu gehen. Wir haben extra eine Schwimmhalle angemietet in einem bestimmten Zeitraum. Und sonst versuchen wir jeden Dienst ins Wasser zu gehen. Also jetzt auch, wir haben jetzt Januar, taucht ihr dann auch im Januar draußen in den Gewässern? Ja, richtig. Also Unluck schläft nicht. Wir müssen ja auch nachts um drei irgendwie in die zugefrorene Alzer springen. Ja. Ja, das ist dann... Das klingt frisch. Ist schattig. Du hattest das ja eben schon mal so im Nebensatz erwähnt. Ihr taucht also hier im Bereich Hamburg in allen Gewässern? Ja, genau. Das sind dann in der... Also Elbe, Alzer, Seitenarme. Das ist... Also wie gesagt, oder auch die Badeseen halt. Wir haben Alamöersee, den Westensee. Und da versuchen wir auch regelmäßig reinzugehen. Ja. Und diese Gewässer haben ja auch, denke ich mal, unterschiedliche Qualitäten. Ja, genau. Das heißt, ist es auch wichtig für euch, dass ihr immer wechselt? Also dass ihr mal an der Elbe trainiert und mal einen Seen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau. Also je nachdem, wie die Gruppe das halt morgens entscheidet, sagen wir dann, ja, wir haben mal Bock in der Alzer tauchen zu gehen oder wir haben mal Bock wieder ein bisschen Strömungshauchen zu machen. Und dann fahren wir dann halt, bei uns ist es ja goldene Kringeln in Norderelbe, glaube ich, ist das. Da fahren wir dann hin und dann lassen wir die Nase wehen. Okay. Aber ja, also die Einsätze selbst, die fordern euch ja doch bestimmt auch immer wieder ziemlich heraus. Ihr müsst körperlich und technisch topfit sein, aber auch mental enorm stark. Wie gehst du mit dieser extremen Herausforderung um? Ich habe eigentlich ein gutes Gemüt. Ich habe ein gutes Grundgerüst. Meine Familie hilft mir da sehr viel, auch wieder runterzukommen. Und ich habe das eigentlich so, wenn ich dann am nächsten Morgen den Spinn schließe, dann lasse ich alle meine Sorgen im Spinn. Ja. So aus deiner Sicht, du bist ja nun auch Ausbilder. Welche Voraussetzungen sollte man dann grundsätzlich so mitbringen, wenn man bei euch starten will? Also man sollte auf jeden Fall ein bisschen Sport gemacht haben vorher. Ja. Also Sport und Schwimmen muss man schon können. Wir, also in den drei Monaten wird halt nur beigebracht, das zu intensivieren und dass man auf einem hohen Stresslevel noch rationale Entscheidungen treffen kann. Ja. Okay. Das ist auch das, denke ich mal, was dann eine gute Feuerwehrtaucherin oder einen guten Feuerwehrtaucher auch ausmacht. Also sportlich auf jeden Fall topfit zu sein, aber auch mental fit zu sein. Und ich denke mal auch das Teamplay bei den Einsätzen und so weiter, das werdet ihr ja auch eigentlich immer permanent trainieren. Also ihr müsst ja euch doch sehr aufeinander verlassen können, oder? Genau. Es gibt immer einen, der den Hut auf hat. Das ist doch Einsatzführer. Aber wenn er mal denkt, na Jungs, habt ihr eine andere Idee? Dann wird die Idee auch aufgegriffen und dann entscheidet die Gruppe, wie wir das machen. Du übernimmst mit viel Feuer im Herzen ja viel Verantwortung in deinen Tätigkeitsbereichen bei der Feuerwehr. Wie managst du das denn mit deiner Familie? Als eher Ehemann und Papa bist du ja auch noch gefragt. Ja, also Hut ab von meiner Familie. Ab und zu muss ich auch mal Arbeit mit nach Hause nehmen. Und da habe ich dann auch die Zeit für. Also das wird dann schon geregelt. Und wir haben halt eingespielte Rituale auch zu Hause. Wenn Papa am Wochenende da ist, dann gibt es Pfannkuchen. Ja, großartig. Dann davon erzählt er. Und ich darf dann auch immer erzählen, auf welchem Auto ich gerade war. Papa, was machst du heute? Ja, ich mache das. Okay, ich frage morgen nochmal. Ja, und ihr habt euch wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit dann, ja, hast du ja eben angedeutet, auch eingespielt miteinander. Ja, genau. Wir haben uns eingespielt. Und der Schichtplan selber, der ist auch natürlich vom Vorteil bei uns. Also ich habe 24 Stunden Dienst und komme dann nach Hause. Und also ist nicht so wie ein normaler Bürojob, sag ich mal, wo man dann morgens sieben bis 18 Uhr arbeitet. Und dann hat man nur abends was vom Lütten oder sowas. Ja, und Papa hat dann ja auch dann auch, also zu Zeiten auch wirklich mal Zeit, zu denen andere Väter dann eben halt arbeiten. Genau. Dass ihr auch dann da auch was zusammen unternehmen könnt oder so. Ja, genau. Ja. Und wahrscheinlich ist er auch schon mit dem, hörte ich so eben raus, auch wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mit dem Feuerwehr gehen infiziert worden, oder? Blieb irgendwie nicht aus. Okay, nächster Bewerber ist schon am Start. Hast du dann, findest du denn neben all den Tätigkeiten und Verpflichtungen noch so Zeit für Hobbys? Ja. Also ich gehe immer noch leidenschaftlich tauchen. Ah. Tauchen ist so mein, tauchen, tauchen. Naja, tauchen ist so mein Ruhrpol. Wenn ich irgendwie Stress habe, dann versuche ich den Kopf unter Wasser zu stellen oder zu stecken und dann eine Stunde unter Wasser. Das beruhigt mich den ganzen Tag. Wo machst du das denn? Auch hier in Hamburg. Ja? Ja. Wo tauchst du hier? Das ist im Hohenreicher See. Das ist der einzige See, wo man eventuell gut sehen kann. Das ist Ort Karten. Ort Karten, genau. Okay. Ja, ich hörte von Katrin Mielitzer, die wir ja auch im Podcast hatten, dass man auch dort recht gute Sicht haben kann tatsächlich, ne? Genau, wenn die Feuerwehrtaucher nicht vorher da waren, dann hat sie irgendwie... Und was ich auch gelernt habe, fand ich beeindruckend, habe ich ein bisschen angegeben bei meinem Sohn, dass da, glaube ich auch, wenn ich das recht in Erinnerung hatte, auch ein Wrack, ein Autowrack irgendwie liegt, ne? Genau. Die Feuerwehr hat aber im Polizeizusammenhang einen Pkw reingelegt. Zum Training, ne? Zum Training, genau. Und damit wir die Anschlageübungen dann machen können. Ja. Ja. Liegt nicht ganz so tief, auch recht nah am Ufer. Ja. Damit wir das auch erreichen können. Ja, Nils, ein begeisterter Feuerwehrmann, ein begeisterter Taucher. Was meinst du denn, sind so die guten Gründe? Mal abgesehen davon, dass man jetzt irgendwie schon mit drei Jahren wusste, ich werde Feuerwehrmann. Aber es gibt ja viele junge Menschen heute immer wieder, und das sind ja nicht wenige tatsächlich, die dann ja mit 16, 17, 18, 19, 20 plötzlich dann vor der Frage stehen, ja, was mache ich denn jetzt nach der Schule? Was will ich machen? Und wir gelernt haben, irgendwie Feuerwehr ist ein grandioser Job eigentlich, eine grandiose Berufswelt, die vielleicht aber viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Was meinst du denn, warum sollte man sich mal den Berufsweg bei der Berufsfeuerwehr anschauen? Die Feuerwehr an sich ist ja sehr breit aufgestellt. Und auch in Hamburg macht die sehr viele Sonderaufgaben, und ich finde die Feuerwehr selbst sehr interessant. Man kann sich weiterentwickeln, wenn man möchte. Ich finde die sehr vielfältig, sehr vielfältig, und man lernt immer wieder neue Leute kennen, immer andere Gegebenheiten, immer andere Sichtweisen. Und das macht den Beruf sehr interessant und vielfältig. Und durch den Schichtdienst auch viel Freizeit, kann man die Freizeit auch selber gestalten. Und in der Feuerwehr selber kannst du halt deinen Berufsweg auch nochmal spezialisieren. Ja. Und dich da dann halt auch nochmal entfalten. Ja. Und das finde ich sehr interessant. Ja, was du sagst, also was mir auch in Erinnerung geblieben ist, das ist echt ein Faktor, glaube ich, ist, Feuerwehr ist alles andere als langweilig. Ja, genau. Das, glaube ich, das könntest du auch so bestätigen. Ja. Und das ist ja in vielen, so in vielen, sagen wir mal, Berufen so, dass sich dann ja auch eine Routine einschleicht. Und ich kenne das also auch von Freunden und Bekannten, die Jobs teilweise schon lange machen und so. Und man merkt dann irgendwann geht so ein bisschen, eben hat dieses Feuer verloren. Und das, muss ich sagen, ist bei jeder, mit jedem, mit dem ich gesprochen habe bisher bei der Feuerwehr, egal wie lange sie schon dabei sind, also dieses Feuer, das brennt immer. Und für die Tätigkeiten und für die vielen Bereiche und das finde ich irgendwie großartig, echt toll. Ja, du steigst halt in dein Auto ein zum Einsatz und dann steigst du aus und denkst, oh, das gibt es doch gar nicht. Und jeder Tag, jeder Einsatz ist halt anders. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum die Sendung über Retter und Feuerwehr und Helirettung und so weiter und so fort im Fernsehen auch so gut funktionieren, weil die Menschen sich gerne eben halt so spannende Dinge einholen. Nils, ich hole jetzt erstmal tief Luft, nachdem wir jetzt ja mit dir ziemlich toll eintauchen konnten in deine ganz besondere Feuerwehrwelt. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Ich denke, dass auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer die Luft angehalten haben und jetzt hoffentlich richtig Lust bekommen haben, sich näher mit einem Einstieg bei der Berufsfeuerwehr zu beschäftigen oder auch in die faszinierende Welt tauchen mit der Feuerwehr. Nils, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute und tschüss. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Das war Nils Mohr, Feuerwehrmann, Taucher und Ausbilder bei der SEG Tauchen bei der Berufsfeuerwehr Hamburg. Wenn ihr mehr über die Berufswelt Feuerwehr Hamburg erfahren möchtet, besucht uns im Web auf karriere-feuerwehr.hamburg oder auch bei Instagram. Da findet ihr eine Menge mehr Infos und immer auch den direkten persönlichen Kontakt zu uns. Weitere interessante Links zum Thema gibt es auch in den Shownotes dieses Podcasts. Wenn ihr Fragen oder auch Ideen für den Podcast habt, schickt uns sehr gerne eine Message. Das war Feuer am Herzen, der Berufs- und Karriere-Podcast der Berufsfeuerwehr Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. 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 Tschüss.